Da sind wir wieder mit dem Airkill, also Luftkind, in Skywars. Das ist quasi eine Rettungsplattform, kann man sagen. Sag ich mal, wenn ich runterfalle, werde ich an den letzten Ort teleportiert, an dem ich stand. Also physisch, quasi. Wisst ihr, was wir sparen? Das heißt, wenn ich runterfahre und das benutze, bin ich wieder auf dem Erdblock, wo ich zuletzt stand. So, kann ich aber auch nur einmal benutzen und dann ist es verbraucht. Nicht so wie bei anderen Kids, dass sich irgendwas wieder auflädt, nur einmal und dann ist es verbraucht. Leider, leider, leider. Leider, leider, leider. Aber es wäre, glaube ich, auch sonst zu OP einfach gewesen. Sind wir mal ehrlich, das wäre sonst zu OP gewesen. Ich würde gerne da rüber. Das Ding ist, er baut sich einfach zu mir, weil der hat Eier. Wow. Da hatten wir mehr Glück als Verstand. Was mache ich jetzt? Der ist so aggro. Mag ich nicht. Noch wieder in der Hand. Schade. Lol. Hat das Verbrennung? Ja, nice. Brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Ciao. Ich sagte ciao. 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 Alter, der Junge, ne? Jetzt aber. Mann. Er wollte nicht sterben, ne? Das war jetzt wieder mega riskant, was ich gemacht habe. Aber ja, was muss ich da machen? Uff. Aber wir haben ja das Luftkit. Also wir hätten uns nochmal retten können, wenn was gewesen wäre. Von daher können wir uns das weiter quasi leisten. Na, 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 na. Da kam der Gegner. Also, damit Gegner meine ich das Vieh. Ihr wisst schon, was ich meine? Ah. Ciao. Ah, der hatte nicht das Luftkit. Uns hat er sich retten können, aber so nicht. Alter, da hat einer. Okay. Da hat einer einfach komplett dir. Was mache ich jetzt? Außer abhauen. Und dann ein bisschen ratlos. Der hat so mega Rüstung. Der hat einfach voll dir. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? 27. Ja. So. Ich war konzentriert, als ob der überlebt hat. So. Danke. Ich war mega konzentriert. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Aber der war auch ultra-equipped und der musste weg. Also, bei dem Equip, der musste leider sterben. Irgendwie. Mit allen Mitteln. So. Bessere Hose schon mal. Egal. Wir gehen mal jetzt straight auf ihn hier. Und das war's. Wir haben gewonnen. Ich zeige jetzt nochmal das Kit. Ach, schade. Nein. Ich hänge natürlich nur eine Runde ran. Leider konnte ich das Kit jetzt in der Runde davor nicht zeigen. Ich würde ja sagen, hoffentlich falle ich jetzt runter. Aber eigentlich will man das ja nicht. Das ist ja ein Backup-Kit. So. Das ist ja Backup gedacht. So, ne? Verstehst du, was ich meine? Verstehst du das? Junge! Oh, da ist einer direkt mit seinem Frost hier. Aber ich habe ein Verbrennungs-Zwei-Holzschwert. Junge! Okay. Nice. Nicey-dicey. Ich sehe hier schon guten Stuff. Ich nehme das Sterfe-2-Ding. Einfach, weil der Gegner dann auch schneller tot ist. Da kann man sich dann nicht beschweren. Ich nehme alles mit. Alles, alles. Ich nehme alles mit, Mann. Okay, das ist auch besser. Ich hätte gerne noch irgendwie... Ah, einen Helm. Genau, danke. Angel, danke. Das machen wir mal da hin. Dann habe ich noch mein Backup-Ding da. Okay. Einmal da rüber, bitte. Puh, wir leben noch. Das ist schon mal eine Sache, die ist positiv. Wir leben noch. Ja! Das! Komm, 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 komm. Gib mir... Ja! Er hatte gute Schuhe. Er hatte einfach gute Schuhe, Alter. Der Digga. Er hatte gute Schuhe, Digger. Ah, der hat hier nicht gelootet. Wunderschön. Eisen. Hinten sind noch gerne noch mehr Eisensachen. Verschwinde mal eben. Ich bin hier... Ich will... Ich will die Hanisch. Komm nicht an die Hanisch! Oh, oh. Hallo! Yo! Er mit seiner Erde. Ja gut, dann gehe ich jetzt, ne? Ciao. Ciao. Ich gehe halt. Mach du ruhig. Ich gehe nach Hause. Ja! Du Shift! Taste! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wasch! Nebenbei looten. Habe ich überhaupt einen Bogen? Nö. Mein Ziel ist, die Eisenhanisch, die da drinnen auf mich wartet. Die ist weg. Danke für nichts. Da habe ich sie wieder. Okay. Aua! Ich bin wieder weg. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. So! Hat hier gerade jemand was gegessen? Ich muss mal eben kurz mich einmal retten. Das war irgendwie eine knappe Sache, fand ich. Habe ich Holz? Nee. Ich mache mir jetzt erstmal eine Hanisch. Aber aus Diamanten halt, ne? Deswegen frage ich ja nach Holz. Wie leben noch? Nur noch ich und ein anderer. Okay. Dann mache ich mir nochmal... Ich habe gar kein Eisen. Ich habe gesagt, machen wir noch Eisen nochmal eine... Eisenhanisch, aber... Eisenhahnisch, genau. Na, Eisenhelm. Aber geht ja nicht. Wenn ich das nicht habe... Habe ich TNT noch? Ich dachte, ich habe in der Mitte mir das TNT gegönnt. Oh. Weniger Leben als er. Das ist so das Problem. Das ist mal wieder so knapp. Ich spiele hier immer mit meinem Leben, Digga. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass ich natürlich mit einer Inner-Perle direkt auf ihn rauf, ne? Aber ich konnte euch einmal kurz das Kit nochmal sehen, wie das, was ich gemacht habe, wie das funktioniert hat. Immerhin etwas. Und wir sehen uns bei einer anderen Folge Skywars wieder. Da spielen wir vielleicht das Feuer-Kit oder so. Mal gucken, mal gucken. Danke fürs Zusehen. Und schau mit au oder so. Danke fürs Zusehen. Untertitelung des ZDF, 2020